Hallo Leute, ich bin auf dem Trended Up Blogger Event, das werden wahrscheinlich schon einige mitgekriegt haben aus Snapchat und so. Und wir haben uns gestern Abend schon getroffen und haben so ein bisschen geredet und haben auf jeden Fall sehr gut gegessen. Und jetzt haben wir gefrühstückt und jetzt geht's los zum Event. Also alle filmen die Location und ich filme die Leute, die die Location filmen. Aber jetzt muss ich dann doch mal auf die Location filmen. Und zwar geht es aufs Wasser. Hallo. 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 Oh. Hallo. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir fahren jetzt Speedboat und da vorne ist ein Fotograf und fotografiert uns. Bis zum nächsten Mal. 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 Und dann werden wir mit Shuttles zum Bahnhof gebracht. Dann geht's wieder heim ins Studentenleben.